Mit Achtung, Achterbahn, durch den Advent Martin spielt hier eine traumhafte Melodie auf der Gitarre. Das stimmt mich heute so richtig auf einen weihnachtlichen Tag ein. Ja, Weihnachtsmusik macht alles aus und ich mache das Radio aus, wenn sie läuft. Du hältst es nicht mehr aus, wenn Last Christmas läuft. Ich kann dir aber geile Sachen zu Last Christmas sagen, habe ich dir gegoogelt und zwar rate mal. Es ist ja so, dass Last Christmas von George Michael geschrieben wurde und der hat es dann auch gesungen. Und wie viel kriegt der pro Song, wenn er im Radio gespielt wird? Also ich kenne die Preise nicht, wenn man ein paar Cent oder so. Also möchte man meinen. Also ich habe im Internet ein bisschen gegoogelt. Es ist so, und das ist jetzt ein deutsches Magazin in Deutschland. Die GEMA hat herausgegeben, das ist diese Stelle, wo quasi Künstler ihre Tantiemen bekommen. Ja. Dass, wenn es ein normaler Radiosender ist, sprich nicht öffentlich-rechtlich, dann bekommt man pro Song rund 50 Cent bis 1,30 Euro pro abgespielten Song. Das heißt, wenn Last Christmas läuft und es ist kein öffentlich-rechtlicher Radiosender, dann bekommst du zwischen 50 Cent und 1,30 Euro. Eigentlich ein Wahnsinn. So, und jetzt kommt es aber. Was glaubst du bei öffentlich-rechtlichen Radiosendern? Ja, das ist dann mehr. Ja, es ist deutlich mehr. Und zwar, ich lese es hier vor. Wird der Song bei öffentlich-rechtlichen Radio- und TV-Sendern gespielt, werden laut Angaben der GEMA für jedes Abspielen des Liedes 6,25 Euro an den Komponisten und 3,75 Euro an den Songtexter fällig. Das machten 10 Euro für George Michael, der beide Positionen einnahm. 10 Euro. 10 Euro pro abgespielten. Und jetzt überleg mal, wie oft das gespielt wird. Das wird ja pro Radiosender am Tag, sagen wir mal, dreimal oder viermal abgespielt in dieser Zeit. Ja, und weltweit kamen so bis zum Tod von George Michael, der ja 2016 gestorben ist, über 288 Millionen zusammen. Also, hat gar nicht so schlecht verdient. Und jetzt ist es ja so, dass quasi pro Jahr ungefähr 8 Millionen Einnahmen. Ja. Und das geht noch relativ lange, und zwar bis 70 Jahre nach dem Tod. Wann ist das dann? Das ist dann 2086, weil dann geht der Song quasi ins Allgemeingut über. Und dann ist nichts mehr fällig. Aber bis dorthin verdienen die Angehörigen von George Michael doch noch ein paar Millionchen. Ja, One-Hit-Wonder sein zahlt sich vielleicht aus. Also Martin, nimm deine Gitarre und sei ein One-Hit-Wonder. Ich werde es probieren. Die Frage für mich ist aber, gibt es da noch was anderes? Nein, interessiert mich nicht. Auf in den Advent. Die Frage für mich ist aber, gibt es da noch was, gibt es da noch was, gibt es da noch was, gibt es da noch was.